Dieses Jagdgesetz ist de facto ein Abschussgesetz und es schwächt den Schutz von bedrohten Tierarten und deshalb muss es abgelehnt werden. Warum und wie macht es das? Weil es die Kompetenz des Schutzes den Kantonen übergibt, also vom Bund den Kantonen und das verunmöglicht ein koordiniertes Handeln und schwächt insgesamt den Schutz von bedrohten Tierarten. Ein Punkt sind gerade auch Luchs, Höckerschwan und Co. Der Luchs ist sogar Teil des Abstimmungs-Sujet. Da verspricht der Bundes in einer Verordnung, er wird den Schutz nicht lockern. Sie werben damit, dass eben der Luchs abgeschossen wird. Das ist ein Widerspruch. Also der Bund gibt jegliche Möglichkeit auf, überhaupt irgendetwas zu versprechen. Weil der Bund gilt, seine Kompetenz, die er jetzt hat, die gibt er an die Kantone ab. Das heisst, wenn der Bund überhaupt etwas verspricht, dann verspricht er etwas, das er gar nicht halten kann. Wenn, dann müsste man jetzt jeden einzelnen Kanton fragen, wie er das machen will. Und Sie sehen einfach in der Vergangenheit, dass die Kantone dann sehr stark unter Druck sind und dem Druck dann eben angeben. Ich erinnere zum Beispiel an den Kanton Wallis, die wegen Verstoss gegen das Jagdgesetz selbst schon am Tier in die Regierungsräte verurteilt worden sind. Die Regelung jetzt ist eigentlich klar, dass wenn ein Wolf grossen Schaden anrichtet, dann kann der Bund das entscheiden. Neu gibt man den Wolf praktisch zum Abschluss frei. Und ich glaube, es ist einfach eine Entscheidung, ob wir als Land auch irgendwo noch ein bisschen Wildtiere zulassen. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen, ob wir als Land auch irgendwo noch ein bisschen Wildtiere zulassen. Und ich glaube, es ist einfach ein bisschen, ob wir als Land auch irgendwo noch ein bisschen Wildtiere zulassen.